Stell dir vor, dir zu Ehren wird ein Museum eröffnet. Hier wird dein Leben ausgestellt und zwar genau so, wie es tatsächlich ist. Verbringst du 70 Prozent deiner Zeit mit Dingen, die dir keinen Spaß machen und auf die du nicht mal im Ansatz stolz bist, dann ist auch dein Museum genau damit gefüllt. Hättest du Spaß dabei, durch dein Museum des Lebens zu gehen? Es war unter anderem das Bild vom eigenen Museum, das Micha und mich zu unserem Kanal hier geführt hat. Wir wollen unser Museum nicht von äußeren Lebensumständen und anderen gestalten lassen. Wir wollen es aktiv mit den Dingen füllen, die uns und die Welt verbessern und unser Leben erfüllen. Für uns bedeutet das ganz praktisch, dass wir unsere Lebenszeit bewusst nutzen und uns mit einer guten Portion Spaß kontinuierlich verbessern. Wir haben schließlich nur das eine Leben und unsere Zeit ist begrenzt. Zeit, um glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Denn nur wenn wir erfolgreich sind, können wir anderen was davon abgeben, was uns wiederum glücklich macht. Und das ist ein Lebensziel, das uns beide eint und antreibt. Und dabei möchten wir dich mitnehmen und dich einladen dabei zu sein. Und ja sogar mitzumachen. Lass uns zusammen an der besten Version von uns selbst arbeiten und andere dabei inspirieren. Denn dir geht es doch sicherlich genauso wie uns und möchtest nicht durch ein Museum gehen, in dem du dich nur unglücklich oder bei einem langweiligen Job beobachten darfst. Kurz zu uns. Wir sind beide ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler und haben uns gleich zu Studienbeginn kennengelernt. Während Chris die Marketingwelt bei einem der weltweit größten Autobauer rockt, leite ich ein Team aus Finance Managern und Finance Analysten bei einem der großen Tech-Unternehmen. Was uns vereint, ist nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern der Antrieb immer besser zu werden, zu wachsen und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Wir haben tatsächlich aber erst 2019 damit angefangen, aus dem Interesse an der Selbstverbesserung eine Leidenschaft werden zu lassen und das Ganze gezielt gemeinsam anzugehen. Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Jahren. Ohne den jeweils anderen hätten wir wahrscheinlich schnell die Motivation verloren. Wir hätten kaum die Unmengen an Büchern gelesen und Dinge ausprobiert, von denen wir glauben, dass sie uns zur besseren Version machen. Es ist so unfassbar wichtig, Leute mit dem gleichen Mindset zur Selbstverbesserung zu finden. Und das ist wirklich schwer, denn davon gibt es nicht allzu viele. Und hier kommt unser Kanal ins Spiel. Wenn auch du mehr aus deinem Leben machen möchtest, als nur vor dem Fernseher dein Leben abzusitzen, wenn du an dir selbst arbeiten möchtest, dich in allen Bereichen des Lebens verbessern möchtest, das Ganze aber auch Spaß machen soll, dann laden wir dich ein. Du bist damit nicht allein. Schau dir unsere Videos an, abonniere unseren Kanal und vernetze dich mit uns. Mach mit. Lerne aus unseren Fehlern und Erfolgen und teile auch deine Erfahrungen mit der Community. Werde zu deiner besten Version.